hey und ein herzliches willkommen zurück zu einem weiteren unboxing video und zwar heute transformers the last night premiere edition voyager class nitro süß und ja erst mal kommen wir zu instagram und zwar habe ich den auf instagram gepostet und ich habe auch eine abstimmung gemacht zwischen studie series und war for cybertrons siegfiguren und die mehrheit war für studie series da ich aber leider keine studie series figuren gefunden habe dass ich mal ich ersetze anstatt studio series nitro süß hier für die toyline ist zwar the last night premiere edition aber er fällt mir trotzdem in meiner sammlung und ja trotz seinen teilen die abfallen schnell abfallen sollte er trotzdem eine geile figur sein aber naja ja ich habe deshalb den jetzt geholt und ich verspreche euch ich hole nächstes mal siege wenn ich siege finde oder eine studie series wenn ich mal studie series finde aber erst mal kommen nun zur verpackung von nitro süß oder decepticon nitro wie es hier steht ja hier haben wir wunderschönes cgi renderbild von ihm und ja das hier nicht an nitro süß sondern dann kann ich jetzt ein boss von age of extinction den wir auch natürlich in der studio series line bekommen werden wobei er auch nicht so aussieht wie auf der verpackung hier mit seinen vier augen denn er ist ein repaint von nitro süß aber kommen wir weiter zur verpackung hier haben wir sein name decepticon auf der seite haben wir ein cooles cgi renderbild von nitro süß und hier steht ein satz er ist ein gefährlicher jäger ja das ist er ein decepticon symbol auf der seite haben wir ein cooles cgi renderbild von nitro süß und hier steht ein satz er ist ein gefährlicher jäger auf der hinteren seite haben wir alle product shots wo er in seinem jet modus und in seinem roboter modus ist verwandelt sich in 35 schritten schritten und score natürlich hier je nach verfügbar gibt es natürlich schon aber er fehlt mir auch in meiner linie sobald ich ihn mal irgendwo mal treffe ja nehme ich ihn mit ausnahmsweise aber sonst sammle ich jetzt keine mehr denn das ist der letzte vielleicht bekommen wir noch eine studio series schritten variante vielleicht ist es auch ein repaint wer weiß so wie grimmlok oder eine leader class figur wie gesagt in der review von grimmlok habe ich ja erwähnt dass es vielleicht sein könnte dass wir alle fünf dinobots oder vier dinobots als leader variante bekommen vielleicht slash als ähm der kleine ist aber sonst wäre es ziemlich cool und ja hier unten sieht so aus hier oben so und ja holen wir den guten burschen aus der verpackung die verpackung ist ein bisschen kaputt aber das macht nichts denn die figur ist schon etwas älter her hauptsache die figur ist noch da und ja holen wir den mal raus die verpackung schmeiße sowieso nachher weg hier haben wir die hintere box haben wir einmal seine anleitung hier die höchstwahrscheinlich kompletter scheiß ist wie ich in den reviews von den einigen youtuber gesehen habe ja ich benutze die anleitung sowieso nicht nur zum notfall aber die ist halt nicht so verständlich und ja scorn mit einer verfügbarkeit ähm ja das soll es auch schon gewesen sein von der anleitung ähm dann haben wir hier warnhinweis zettel die wir auch nicht brauchen außer die klären aber er behalten ähm ja ich bleib stehen so kommen nun zu nydrosyms ähh ops er ist an 1,2,3,4,5,6,7 an diesen 7 Fäderchen befestigen und seine Waffen an einer und hol mir den guten Busch mal raus, oh ich versuch das mal hier mit dem Messer, bleibt stehen, falls es klappen würde, 1, ist der Kopf schon runter geflogen, macht aber nichts, können wir wieder dran, kleben oder dran pinnen und ja, holen wir den mal raus, der Kopf wackelt auch ein bisschen, das heißt, er ist ein bisschen, er ist ein bisschen, hat wahrscheinlich eine Behinderung, sag ich jetzt mal, ja ich hab gesagt, dass ich die mal mit Studio Series Night, äh, Studio Series als Thunder Cracker vergleichen soll, aber hab ich mir das doch dann anders überlegt, aber der wird sowieso noch kommen, und, ja, äh, diese Teile hier kommen kurz auf die Seite, Messer dazu, und, ja, das war's auch schon vom Unboxing Video von Voyager Class Nitro, süß, ähm, ich bedanke mich fürs Zusehen, und sehen uns dann in der nächsten Review, oder im Review von ihm, hier, ähm, und lasst mir natürlich einen Daumen nach oben, wenn euch das Unboxing Video gefallen hat, ähm, abonniert doch mal gerne, wenn euch meine Videos gefallen, und, ja, lasst mal einen Kommis da, wie euch die Figur gefällt, also, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.